Hallo Leute, es regnet, es ist Sommer matschig, also perfekte Voraussetzung für Festivals. Die Festivalsaison hat begonnen und ich möchte euch heute ein Sommerspecial vorstellen. Ein besonderes Festival, das Senders Academy Festival für Riders und Riderinnen, die unglaublich viel Spaß haben ohne Substanzkonsum. Komplett Alkohol- und Nikotinfreies Festival mit Menschen, die Profis sind, die Legenden sind und die habe ich interviewt für euch und ich freue mich, sie euch vorzustellen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und seid mit Neugier dabei. Für mich als Profisportler ist es enorm wichtig, Rausch und Risiko wirklich klug einzuschätzen und einfach den Kopf einzusetzen, nicht irgendwie dumm zu sein. Es geht darum, kluge Entscheidungen zu treffen und kluge Sachen zu machen. Das ist das gleiche, wie wenn ich jetzt irgendwie einen neuen Stunt mache oder einen neuen Weltrekord mache oder irgendwie sowas in der Richtung. Wenn ich das dumm mache, dann geht es schief. Das gleiche bei allen Räuschen und allem, was man macht. Wenn man das übertreibt, wenn man es zu viel macht, wenn man das Ganze übertreibt, dann geht es in die Hose. Und das gleiche bei uns beim Sport. Und deswegen ist es das Wichtigste. Hey, setzt so einen Kopf ein. Der Kopf ist das Wichtigste, ist das Coolste. Und wenn euren Kopf wirklich nützt und da coole Sachen mit dem Kopf anstellt, dann kann der Kopf so viel bewirken. Aber der Kopf, der braucht positives Futter. Der braucht nicht negative Einflüsse, die den Kopf berauschen und die einprasseln im Kopf und die ihn zum Wirrendenken bringen. Der braucht Positivität und der braucht coole Sachen, der braucht coole Leute, ein cooles Umfeld. Der braucht richtiger Stoff. Das ist wie ein Auto, das blöd sagt, wenn du einen Benziner mit Dieselmotor, mit Diesel tankst, dann wird das nicht lange laufen. Und genau das gleiche ist der Kopf, der Körper. Wenn das mit den richtigen Substanzen wirklich fütterst, dann wird er Energie haben. Und dann macht das Leben einen enorm geilen Spaß und dann kann man mega viel schaffen, wie wir da mit der Senders Academy, wo man eben junge Leute unterstützt. Und genau das ist der Punkt. Geht zu eurem Kopf was Gutes und bringt es dann immer weiter. So, das Ding ist, we have to make this in English. Ja, das geht auf jeden Fall. Also, wie man schon sieht, also wir sind hier gerade auf dem Senders Festival von Elias Schwertzler. Und hier haben wir jede Menge Spaß auf unseren Fahrrädern, in jeglichen Disziplinen auf dem Fahrrad. Wir machen Jeep Sessions, wir machen Trial Sessions, also im Street Trial hauptsächlich. Wir machen Downhill Abfahrten. Jeder kann mal mit den Profis zusammen fahren. Und da haben wir jede Menge Spaß. Und ja, trotzdem ist immer ein großes Risiko dabei. Aber das versuchen wir natürlich zu minimieren und dann mit entsprechendem Training, was wir hier beim Senders Festival natürlich machen, dem entgegenzuwirken. Und ja, damit sind wir gut vorbereitet und macht jede Menge Spaß. Rausch und Risiko ohne Substanzkonsum. Heutzutage ist es ja normalisiert. Ich bin in einem ziemlich jungen Alter, jugendlich. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und alle Mitmenschen um mich herum in dem Alter, die konsumieren Alkohol, andere Drogen. Das ist Normalität geworden heutzutage. Aber es gibt einen klaren B. Es gibt noch einen anderen Weg. Anstatt, dass man sich mit Substanzen vollkommt, was deinem Körper schadet, was deiner mentalen Gesundheit schadet, kannst du auch einfach Sport machen. Ich selber bin jetzt Mountainbiker. Ich mache auch ganz viel anderen Sport und kannst dir dadurch die langfristigsten, besten Glücksgefühle holen, die es überhaupt nur auf der gesamten Welt gibt. Okay, ja, ihr wisst, es ist manchmal alles nicht so einfach im Leben. Die Versuchungen sind oft groß und ich denke mir, wenn es so um bestimmte Suchtmittel oder Suchtsachen geht oder auch Alkoholkonsum, das ist manchmal nicht so einfach. Ich möchte einfach mal kurz ein bisschen was für mich sagen, wie ich damit umgegangen bin in meiner Jugend und da war das eigentlich immer recht, ja, für mich war das recht einfach. Ich habe mir aus Alkohol nie was gemacht, auch nicht aus Zigaretten oder auch aus Rauchen an sich. Das war für mich nie ein großes Thema. Aber ich hatte auch sehr gute Freunde, muss ich ehrlich sagen. Meine Clique, die hier wusste, okay, ich mache Leistungssport und hat das nie als ein Must-Have irgendwie angenommen und gesagt, wenn du mitmachen willst, dann musst du, ne? Sondern die haben das immer so akzeptiert, wie es war, ne? Und eben, und somit bin ich eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen. Am Ende vom Tag bin ich eigentlich auch ganz froh, dass mir kein Bier schmeckt. Das schmeckt mir einfach nicht. Und von dem her gesehen war das immer für mich relativ einfach. Natürlich hat mir das Sport auch enorm viel geholfen. Ja, der Sport war für mich immer der Anker. Für mich gab es Ziele und die ich erreichen wollte. Und klar, da passt jetzt der Alkohol oder auch Zigaretten nicht ganz so dazu. Deswegen, bleibt dabei. Versucht immer was zu machen. Versucht daher ein bisschen Ziele zu stecken und dann werdet ihr auch einen guten Mittelweg finden. Ja gut, hier darf ich mir mal vorstellen hier. Mein Name ist Florian Schmidt. Ich bin hier bei der Centers Academy oder bei dem Event hier. Dieses Wochenende ist es mega cool. Und der zweite Step ist, wie ich zur Centers Academy gekommen bin. Ich betreue den Elias auf der körperlichen und auf der Ernährungsseite. Wir kennen uns jetzt ungefähr seit einem Jahr und arbeiten da intensiv auch zusammen. Wir haben seinem Programm schon, möchte ich mal behaupten, sehr viel auf den Kopf gestellt, dass er die nächsten Steps und so weiter machen kann. Und einer der wichtigsten Part ist ja dann klar, wenn man sich körperlich voran entwickelt und auch die Nahrungsseite, dass man wirklich an Körper Nahrung auch gibt. Ich habe einen Ernährungstipp, was ich euch geben kann. Es gibt zwei Arten von Nahrung oder es gibt Müll. Wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann ist es auf die Dauer, auf Bayerisch gesagt, scheiße. Und dann gibt es ja noch einen Bereich, was darüber steht. Da werde ich auch immer gefragt. Ich kam ja selber aus dem Profisport. Wie stehe ich zu Alkohol und Drogen oder sonstige Sachen? Und ich würde immer sagen, umso reifer man wird, ich werde jetzt doch dieses Jahr 50, merkt man, umso weniger braucht man es. Und das ist ja auch wichtig, da eine gute Geisteshaltung auch zu haben, weil es kann nie berauschend sein, wenn man sich extrem viel von außen zufügt, sondern eigentlich die Berauschung über den Sport und über die körperliche Seite zu holen. Dann ist das Gehirn zufrieden, auch mit der Dopaminausschüttung. Man fühlt sich mehr, man hat nicht mehr so die Recovery-Zeit wie nach einer durchzechten Nacht. Und ich glaube, die Gespräche sind auf einem ehrlichen, emotionalen oder empathischen Weg auch viel, viel besser. Ich würde sagen, denkt mal drüber nach und ich freue mich, wenn euer Statement ein bisschen dazu motivieren, animieren kann. Und wenn ihr Fragen habt, folgt mir auf bodyinvestment-florian. Genau, könnt ihr mich auch anschreiben. In diesem Sinn, see you. Moin, ich bin Rick. Ich spreche jetzt einmal ganz kurz darüber, was bewusster Konsum wirklich ist. Bewusster Konsum, kann man dann überhaupt damit auch noch irgendwie Spaß haben? Ja, absolut. Ich trinke keinen Alkohol. Ich nehme keine irgendwelche Substanzen zu mir. Noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie probiert. Auch nur in irgendeiner Art und Weise. Und trotzdem bin ich wahrscheinlich der, der bei einer Karaoke-Nacht am lautesten mitschreit. Und das liegt halt einfach auch nur daran, weil ich halt einfach genau weiß, dass es mir schlussendlich nichts bringt, sondern eigentlich immer auf lange Zeit eigentlich nur schaden kann. Man kann definitiv feiern. Man kann definitiv auch ein bisschen was konsumieren. Aber man sollte halt einfach schauen, dass das halt immer alles irgendwie im Rahmen bleibt und man sich selber halt auch weiß, hey, jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu toll gewesen. Jetzt will ich mal wieder wirklich was erreichen und wirklich mal wieder wirklich den Arsch aufreißen. Und danach, wenn man dann was geschafft hat, wenn man rausgegangen ist und vielleicht irgendwie was Geiles geschafft hat, einen coolen Sprung gesprungen hat oder was Geiles gefilmt hat jetzt in meinem Bereich, dann kann man das vielleicht auch mal wieder zelebrieren. Aber eben das Ganze halt eben bewusst und nicht in Übermaß. Ich freue mich.